Hallo ihr Lieben, ich bin Christian Heimschermeyer, Vater Rapporteur bzw. Coach in Hamburg, Berlin und in der Nähe von Murnau. Persönliche Sessions gehen wir so einigermaßen mit pipapo. Genau und was wollte ich noch sagen, heute Abend bin ich live auf Instagram mit Redaktionsnetzwerk Deutschland zusammen um 18 Uhr. Und heute beginnen ja auch Selbstlieben-Challenge und Manifestations-Challenge, super cool, müsst ihr mal gemacht haben. Die werden auch ein bisschen länger pausieren, auf jeden Fall die Selbstliebe-Challenge, weil die war jetzt ganz lange drin. Wollte ich mal ein bisschen rausnehmen, vielleicht das eine oder andere Video mal so ein bisschen refreshen. Und wenn ihr da noch mitmachen wollt, nutzt die Gelegenheit. Und ansonsten schaut rein in mein neues Buch, vom Opfer zum Gestalter, läuft sehr schön. Und ja, ähm, ja, weiteres vielleicht am Ende noch. Okay, ja, heute geht es um das Thema Date nur Menschen, die richtig heiß auf dich sind. Also man gibt ja so eine Skala anlegt von 1 bis 10 und 10 ist, boah, finde ich mega krass, bin total verknallt. Dann, man sagt halt nicht immer so, dass Menschen einen nur daten, wenn sie einen so mindestens eine 5 einschätzen, so. Ähm, aber dann so wirklich äußerst pessimistisch und unwillig, sag ich mal. Und, ähm, ja, je höher das ist, umso mehr sind die Leute in the game. Und wenn jemand nicht in the game ist, dann ist er eben, dann bist du für den eben keine, ähm, 8, 9, was ich so empfehlen würde. 10 ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, äh, sondern bist du halt nur eine 5 oder eine 6. Und drohst dann auch, unter diese 5 abzurutschen und dann bricht halt der Datingprozess zusammen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, beziehungsweise nichts mit dir persönlich zu tun, sondern letztlich wieder mit, äh, Chemie, Kompatibilität und, ähm, ja, alles Mögliche. Aber, ähm, ja, dann hat es eben nicht gepasst. Dann wird es aber jemand anders geben, der dich total hot findet. Und, ähm, dann ist es besser, diese Prozesse, die so vor sich hin schleichen und ständig drohen, unter die 5 zu fallen, ähm, ja, sich davon auch fernzuhalten. So, lieber Christian, ich möchte dir gerne mal eine Geschichte erzählen. Und auch, wenn du solche Fragen stellen willst, geht über ein, das Kontaktformular auf liebeschiff.de, unter anderem. So, die sich, ja, ereignet hat. Ich hoffe mir Feedback und Rat. Ähm, ich bin, äh, 29 und hatte bisher zwei Beziehungen. Ähm, mein Partner, ja, ist im ähnlichen Alter, ähm, leichte Fernbeziehung, also, gibt ein bisschen Distanz zwischen euch. Äh, ich habe ihm im Internet angeschrieben, kein Tinder. Ja, das aus meiner Sicht, also, ist ja, geht ja nur, wie ich das sehe, es gibt natürlich viele Möglichkeiten, ist das schon der erste Fehler. Also, der Mann schreibt die Frau an und nicht der Frau, die Frau den Mann. So, es kommt einem vielleicht vor wie ein kleineres Thema, aber das, sich an diese ganzen Ratschläge zu halten, die findest du auch in meinem ersten Buch, Liebescode, die findest du in meinem, ähm, ja, vor allen Dingen natürlich auch in meinem Online-Kurs, Dating an der Polarität, ähm, kann ich dir nochmal drunter verlinken. Ähm, da kommt einfach nur Murksbar raus, wenn die Frau da so frontal rangeht. Klar, da kann man mal Glück mit haben, aber, ähm, ja, wie ist das für einen Mann, ne? Für einen Mann ist das vielleicht, der gerade Single ist, äh, sagt sie vielleicht, pff, ja, scheiß was drauf, die ist interessiert, nehm ich, nehm ich mit irgendwie. Und dann kommt dann wieder nur Murksbar raus, also, ich würde das nicht machen, ich würde, ähm, klar, eine Frau sagt immer, begibt sich so in den Orbit des Mannes, das wäre aber jetzt nicht unbedingt anschreiben, das wäre vielleicht mal ein Like geben unter ein Foto oder, ähm, aber jetzt jemand Fremdes im Internet anschreiben, würde ich echt von abraten. Also, du kennst die Menschen nicht, klar, auf Online-Dating kennt man die auch nicht, aber, aber, das würde ich echt nicht machen, nein. So, kurz geschrieben und dann kommt von ihm der Vorschlag, ob wir telefonieren mögen. Ja, wie gesagt, das ist für einen Mann oder diesen Mann, einen Mann, weiß ich nicht, der gerade Single ist und mein, und, ja, wie gesagt, du bist dann gerade so, denk vielleicht, ja, sie ist, keine Ahnung, das ist ja auch nicht nur deine Versuchung, persönliche, wie er dich jetzt findet, sondern auch seine Situation, vielleicht hat er noch irgendwelche anderen Sachen am Laufen, also, du bist gerade so, wenn man das alles zusammenpackt, bist du jetzt gerade so über fünf, sagen wir mal, oder sechs, und, ähm, ja, und dann, was weiß ich, dann kommt die Ex wieder zurück und das dies und das, also, man weiß es ja immer nicht, aber, naja. Ja, so, er meinte am Ende, er wolle mich sehen, mir kam es, äh, zu schnell vor und ich erfand eine Ausrede, ja, aber im Grunde genommen macht er es, also, jetzt unter diesem, wo das jetzt soweit ist, macht er es eigentlich richtig, dass er sagt, hey, was sollen wir telefonieren, lass uns treffen, ne, ist eigentlich richtig, aber gut, ähm, wenn dir es zu schnell ist, ist es dir zu schnell, ne. Im zweiten Telefonat lief alles sehr gut, er war sympathisch und meinte, wir würden uns gut verstehen, ich dachte, es hat mir auch irgendwie Klick gemacht, naja, Telefonklick ist kein Realklick, ne, ja. Äh, er meinte, wieder würde mich gern sehen, er kam zu mir, also in meinen, meine Hood, ähm, das ist ja schon mal auch richtig so, er kam etwas anders rüber am Telefon, irgendwie kühl und leicht distanziert. Ja, das ist halt so, ich meine, man hat jetzt einen Telefoneindruck, man hat vielleicht ein Foto und dann sieht man sich und dann, ja, ist irgendwas, ist mal vielleicht von irgendeinem, ich weiß es nicht, ne, dann, das kennt doch jeder von uns, oder, ist mal von irgendwas irritiert oder, das ist, der Vibe ist doch anders, also, vorher kann man halt nichts sagen, ne, das hat doch jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, hat nichts mit ihm zu tun, so ist das halt, ne, wenn man sich nicht kennt und sieht sich das erste Mal, sie haben, also, von der Kategorie muss man unter Umständen sehr viele Dates haben, bis das wirklich passt, so, ne. Ähm, so, jetzt kommt so ein bisschen Sobstory aus seinem Leben, ja, lass ich jetzt mal außen vor, es spielt keine Rolle, was jemand jetzt für eine Geschichte hat, ihr wollt ja daten, so, ihr wollt ja nicht, ähm, keine, gegenseitig eine Biografie schreiben über euer Leben, ähm, es gibt Leute, die haben eine schlimme Historie, sind aber total resilient und stecken das locker weg und es gibt Leute, die haben, weiß ich nicht, eigentlich eine gute Kindheit gehabt, sind aber trotzdem sehr angeschlagen, warum auch immer, ähm, ähm, das würde ich mich nicht so drauf fokussieren und ich weiß auch nicht, warum man das unbedingt auf dem ersten Date erzählen muss, verstehe ich auch irgendwie nicht, so, so, Außerdem ist das, wenn du jetzt, wie ich vermute, so eher ein Pluspol bist, dann kommt man mit solchen Storys dann schnell in so ein Retterding, aber ich, ich werde ihn jetzt lieben und ich bin jetzt ganz nett und dann freut er sich so, weil er, weil ich die Erste bin, die ganz nett zu ihm ist, aber so funktioniert das nicht, ne, das funktioniert eigentlich so praktisch nie, so, weiß ich nicht, oder vielleicht habt ihr ein Gegenbeispiel, aber, ähm, wirklich, die, ja, die Pluspole, ihr müsst an eurem Retterthema arbeiten, so, ihr wollt irgendwie keinen Klienten oder, oder jemanden, den ihr aufbüppeln könnt, ihr wollt jemanden, der fertig ist für euch, so, ne, also fertig genug, also zumindest nicht auf dem ersten Date seine ganze Kindheit erzählt und ihr solltet das auch nicht fördern, dass jemand das macht, ihr solltet da nicht interessiert nachfragen und, weil dann ist man so in so einem anderen Vibe, das ist kein Lover Vibe, ne, so. Gut, er kam mir, äh, so, wir spazierten eine Zeit und danach saßen wir, ähm, bei meinen Eltern im Garten, also, das verstehe ich schon, wie kannst du dir mitnehmen zu deinen Eltern, das ist, wirklich, das ist, überhaupt nicht dran, gar nicht, also, das kannst du ja nach zwei Monaten machen oder so, aber, das finde ich viel zu früh, ähm, ich lud ihn zu mir ein, oder ich weiß nicht, vielleicht wohnst du auch bei deinen Eltern und ich lud ihn zu mir ein, verstehe ich jetzt mal im Gesamtkontext dieser Mail, dass es da jetzt noch nicht so groß zu Körperlichkeiten gekommen ist, ähm, damals kam er ein bisschen anders rüber als am Telefon, ja, das ist so, ich weiß nicht, wie oft du schon online gedadet hast, das ist normal, dass es nicht passt, ne, überhaupt nichts Ungewöhnliches, also, ich hab das damals in meiner Online-Deading-Zeit auch so oft erlebt, dann hat man wirklich gut, gut gematcht, gut gevibt mit jemandem, man sieht sie, man weiß noch eine Sekunde, das wird nie was irgendwie, und, ja, so, ähm, so, danach habt ihr viel telefoniert, ihr habt SMS geschrieben, ja, wie gesagt, aus meiner Sicht zählt das alles nicht, es ist alles schön, aber es zählt wirklich nur in person, ne, wenn du ein Auto kaufst, okay, den Spruch kann man heute nicht mehr so bringen, aber eigentlich sagt man ja, verkaufen wir auch, kauf mal auch live irgendwie, kaufst du auch nicht am Telefon und es zählen eigentlich, also eigentlich kann man sagen, Dating-Prozessen zählt nur die persönlich miteinander verbrachte Zeit, also maximal, wenn es gar nicht geht, Videodates, aber, ähm, SMS-Telefon ist nice to have, aber zählt nicht wirklich so. Ähm, als er mich besuchte, macht mir einen Ausblick und verstanden uns, von mir zu Hause plauderte er über einen Familienmitglied schlecht, also ich finde es immer problematisch, wenn Leute, die einen überhaupt nicht kennen, über andere Leute schlecht reden, finde ich schon immer so ein bisschen ein Yellow-Flag zumindest äh, und wiederum, was hat das auf dem Date zu suchen? Hangout, have fun, hook up, ne? Ich weiß nicht, ob ihr unser cooles Reel gesehen habt, das kann ganz einfach sein, aber es heißt nicht, hangout, äh, laber über deine Kindheit, laber über seine Familie, äh, pack alle Probleme dieser Welt auf den Tisch, ja, und dann, hm, so, ähm, so, aber du hast den Eindruck, ähm, dass dein Date auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen verbittert ist, das ist ja zumindest eine Information, ja. Mir kam es vor, als würde er von mir antworten wissen, ja, du bist schon in diesem Plus-Pol-Stream, ne, ne, mit, und da wollte man sich erst gar nicht reingegeben, dieses Retter-Ding, und auch, auch der Versuchung widerstehen, wenn der andere einen da reinpacken will, ne, so, es gibt's wieder weitere Top-Stories über Familien, äh, bla 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 bla, hätte ich gesagt, er kannte ich den Mann nicht von den Telefonaten, ja, dann solltest du ihn aber auch nicht weiterden, so, ne, dann ist es so, dann passt das halt, ne, Er erzählte, dass er Lügen nicht mag und dass er merke, wenn jemand lügt, dann würde er aufstehen und gehen. Ja, wer mag schon lügen? Er meinte, man treffe sich mit Frauen, das führe oft zu nichts. Ja, viele sind verbittert vom Dating. Ich hoffe, dass es bei Soulmatching besser wird, unserer neuen Dating-Plattform, soulmatching.de. Jeder zeigt dann sein wahres Gesicht nach einer Zeit. Ja, da kann man nur sagen, stimmt. So, jetzt kommt irgendwas über Affären, das habe ich nicht so ganz verstanden. Also er hat scheinbar schon ein paar Affären, One-Night-Stands gehabt. Ich weiß nicht, was immer Affäre heißt. Also wenn man jetzt in einer Single-Zeit eine Affäre hat, ist ja nichts gegen einzuwenden. Aber wenn das jetzt Fremd-G-Affären gewesen wären, das wäre schon ziemlich Shred Flag-mäßig. Da verstehe ich jetzt diesen Satz auch nicht so richtig oder ob seine Freundinnen Affären gehabt haben und da wäre er weg gewesen. Das verstehe ich jetzt nicht so hundertprozentig. Er fragte mich, ob ich One-Night-Stands gehabt hätte. Ich verneinte. Ich fragte, was passiert wäre, wenn ich Ja gesagt hätte. Er meinte, er würde sich dann morgen nicht mehr melden. Ja, also das finde ich auch, ehrlich gesagt, so ziemlich hart dran an Red Flag, weil, mein Gott, ist das jetzt irgendeine Charakter-Aussage, wenn jemand mal einen One-Night-Stand hatte? Aber gut, das sind seine Standards. Darf er ja haben. Aber würde ich, also ich würde das seltsame Standard finden für mich jetzt so, aber naja. Er meinte, ja, wir tanken dies und das und wir hielten uns und dann kam es dazu, dass wir uns küssten und ich habe gemerkt, dass er mehr wollte. Ich wollte das aber nicht. Er meinte, das finde er gut und wir haben dann, ja, offensichtlich habt ihr da bei euch übernachtet, habt ihr aber keinen Sex gehabt. Weiß nicht, ob es dann nicht besser wäre, so eine Person dann auch nach Hause zu schicken, aber gut. Am nächsten Tag kam er mir kühl vor. Ich habe ihn geküsst und das war aber eher mechanisch. Außer Händchen halten, anlehnen kann mich viel totaler Kontrast zum Tag davor. Ja, da müssen wir jetzt gar nicht groß gucken. Also wenn Dating inkonsistent ist, ist das an sich ein Red Flag. Da muss man auch da keine Labels dran packen. Das weiß ich nicht. Vielleicht hat ihm irgendwas nicht gefallen. Vielleicht nimmt er dich einfach nur mit. Das kann dir kein Mensch sagen. Auf jeden Fall ist das so ein Fall von, dass er nicht so hundertprozentig überzeugt ist von der Sache und du ja eigentlich auch nicht. Und dann kommt da sowas bei raus. Aber welche Gründe das jetzt hat, das kann wirklich eine Million Gründe haben, die auch vielleicht gar nichts mit dir zu tun haben. Wie gesagt, vielleicht ist er in einer Beziehung. Vielleicht nimmt das einfach nur so mit. Ich weiß es nicht. Du kannst ja nur für dich gucken und mich würde das schon total abwacken, wenn das irgendwie nicht vorangeht und alles so halbgar läuft. Dann ist es eben so ein 5, 6 Dating, aber nicht eben so 7, 8, 9, wo man so richtig Bock aufeinander hat. So, beim Abschied küsste er mich leicht und verabschiedete sich mit einem coolen Spruch. Später schrieb er mir. Gut, aber es ist klar, man weiß es nicht so richtig. Es ist halt so ein ganz normaler Datingprozess bis hierhin, der so lauwarm läuft. Oder wenn das normal ist, keine Ahnung. Ich schrieb, ob wir telefonieren könnten. Er verschob es auf morgen. Ich sprach ihn auf sein Verhalten an. Er meinte, er wäre ziemlich emotional dumpf. Dann hast du ihn danach gefragt. Dann konnte er nicht so richtig drüber reden. Ich meinte, ob ich ihn in Ruhe lassen sollte. Das bejahte er. Dann sagte er, wir sollten es langsamer angehen lassen. Ich mache nichts falsch. Das ist für mich eine typische Aussage, dass du jetzt so langsam rutschst. Also du bist jetzt schon bei 5 und rutschst so langsam drunter. Wie gesagt, aber das solltest du jetzt nicht persönlich nehmen. Wenn dir 100 Leute unter diesem Video würden dir schreiben können, dass sie genau die gleichen Müsse erlebt haben, weil die andere Partei einfach nicht richtig Bock hatte auf einen. Fertig. Und dann kommt sowas. Lass uns langsamer daten. Lass uns Zeit lassen. Und deswegen sage ich auch immer, der Mann sollte das Tempo bestimmen. Weil also wenn eine Frau so eine Sache vorantreibt, das ist so ätzend. Also wenn der Mann schon so lauwarm ist, das ist einfach Mist. Also wenn eine Frau lauwarm ist, das ist auch irgendwie Mist. Aber das ist irgendwie nochmal eine andere Dynamik von der Polarität. will ich jetzt nicht so ins Detail gehen. Also so rum ist es noch schlimmer auf jeden Fall. Auf der einen Seite sagt er diese Dinge, auf der anderen Seite hatte ich das Gefühl, ich kämpfe um etwas. Ja, das ist jetzt so dein Thema. Also glaube ich, was tausende Leute haben auf diesem Kanal, dass man immer hinter anderen hinterher rennt, die einen nicht richtig wollen. Lass das. Er will dich nicht richtig abhaken, next, fertig. Keine Gedanken drüber machen, das würde ich dir raten. Was willst du denn da Gedanken drüber machen? Er hat halt nicht richtig Bock auf dich. So what? Es wird tausende Millionen Männer geben, die Bock auf dich haben. Nur der halt nicht. Aber das ist halt unser falsch programmierter Liebeschip. Also Liebeschip um Programmieren, ne? Modul 1 und so weiter. Der uns immer wieder diese alten Sachen, weil wir schon vielleicht Papi und Mami hinterher gelaufen sind, laufen mit ihrem Partner hinterher, die uns nicht wollen. Aber das macht keinen Spaß. Das macht keinen fucking Spaß. Wirklich. Bei dem Telefonat meinte er noch, er wäre gerade gesundheitlich nicht so gut zurecht. Wieder, dass er bremst. Was meinst du, wenn jemand richtig Bock auf dich hat? Der könnte wirklich seinen Arm verloren haben, würde ich treffen wollen. So mal treten. Ja, das ist einfach mangelndes Interesse oder wie gesagt, oder mangelnde Gelegenheit vielleicht auch. Wie gesagt, vielleicht hat er eine andere Beziehung oder datet gerade jemand anders oder der Ex kommt gerade zurück. Also oder, oder ist es uninteressant, ne? Er müsste gucken, wer sich fühle. Also spätestens hier würde ich es echt abbrechen. Okay. Chat testen, telefonierten wir. Das hatte auch noch schlechte Laune. Sprechpausen. Also es wird immer mehr awkward. Tag darauf meldete er sich wieder. Er meinte, er fände es gut, dass wir uns langsam kennenlernen würden. Das ist alles mangelndes Interesse oder mangelnde Wille, Gelegenheit, so, ne? Dann würde es keine böse Überraschung geben. Also im Grunde genommen weiß er jetzt, glaube ich, schon ziemlich sicher, dass du für ihn Affäre bist. Und da sollst du dir wirklich überlegen, weil er baut jetzt schon vor, dass du bloß nichts von ihm erwarten sollst. Und wenn du eine Beziehung willst, sollte man das hier wirklich beenden, so, ne? So, ich hatte wieder das Gefühl, er entzieht sich mir. Dann habt ihr euch irgendwo anders getroffen auf seine Initiative. Habt ihr es nochmal verschoben? Na, dass ich ein paar Tage nicht gemeldet. Alles mangelnder Drive, ne? Schrieb er, ja, er müsste mir leider sagen, wir passen nicht zusammen, ich soll nicht böse sein. Er wünscht mir alles Gute und dass ich bald jemanden finde. Ja, also ganz ehrlich gesagt, das finde ich jetzt wirklich ehrlich, also auch vor allen Dingen, okay, ich dachte, jetzt kommt auch noch Sex und so. Also, das ist eigentlich fair, ne? Also, er nimmt jetzt auch nicht noch den Sex mit dir mit und sagt dir eigentlich, also ganz ehrlich, das wird nichts mit uns. Und ganz ehrlich, also es ist zwar vom Ablauf her, was ich nicht machen würde und es gibt da so Red Flags, aber ganz ehrlich, so richtig viel falsch gemacht hat er nicht. Er hat sich einfach gezeigt, wie er ist. Er hat vielleicht am Anfang mehr Interesse, dann aus irgendwelchen Gründen weniger. Das muss auch gar nichts mit dir zu tun haben. Vielleicht hat er gemerkt, er ist noch nicht so weit, er ist so verbittert oder es ist ihm zu weit oder also es ist ja immer, dass man auch die Gelegenheit haben muss, es muss passen, es muss, also du kennst diesen Menschen ja nicht. Und er hat jetzt ehrlich gesagt, hat er jetzt auch nicht, ist jetzt auch nicht so viel passiert, aber ich würde wirklich, also das wäre mein Rat an dich, Date-Männer, lass dich anschreiben, lass dich ansprechen und Date-Männer, die sagen, ey, ich hab total Bock, dich zu treffen und wie sieht's aus und trotzdem natürlich respektvoll sind, deine Grenzen respektieren und ja. Ach, du hast geschrieben, dass du seine Entscheidung akzeptierst. Ja, okay. Er entfreundete mich danach. Gut, vermute ich mal, dass wir bei Facebook reden, das ist total in Ordnung, weil viele Menschen haben mit sowas ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wenn sie eine Dating-Situation beenden, dann haben ganz viele Menschen aus Grund Angst davor, beschimpft zu werden. Das werden auch wahrscheinlich ganz viele drunter schreiben, dass sie das erlebt haben, deswegen blocken viele schon vorher oder blocken einen direkt danach, weil sie das einfach keinen Bock drauf haben, dass man so ein verletztes, frustriertes Ego gerät, wenn man einfach nur sagt, ey, es passt nicht und der andere dann einen beschimpft oder so. Das haben so viele Menschen deswegen und ihr seid auch keine Freunde, also ihr seid jetzt kein Liebesbein, ihr seid keine Freunde, es ist total in Ordnung, dass er dich entfreundet, so, ne. Klar, jetzt ist es dein Ego oder inneres Kind, such dir was aus, ist jetzt verletzt, gekränkt und das ist auch total in Ordnung, das macht auch Sinn, das anzugucken, wenn sich irgendwas zeigt, sollte man das immer angucken, aber es ist jetzt nichts falsch daran, so, ne. Nach zwei Wochen schrieb ich eben, das finde ich in Ordnung, er hat gesagt, ich möchte keinen Kontakt mehr und dann solltest du es auch respektieren, finde ich, so, ne. Dass ich ihm auf seine letzte Nachricht so unfreundlich und knapp schrieb, dass ich einfach traurig und enttäuscht bin über den plötzlichen Kontaktabbruch. Ja, was soll er damit jetzt machen? Er steht halt nicht genug auf dich oder er hat nicht genug Gelegenheit oder in seinem Leben ist gerade nicht die Situation, dass er dich daten möchte, was soll er sich da jetzt erklären, das möchte niemand, und so, ne. Ja. So. Vielleicht habe ich jetzt auch irgendwas nicht verstanden an eurem Austausch oder vielleicht hat er irgendwas Böses geschrieben, ich weiß es nicht, aber wenn er keinen Kontakt mehr möchte und dich entfreundet, dann solltest du es akzeptieren. Ich weiß, das ist fürs Ego manchmal wahnsinnig schwer zu akzeptieren, so, aber trotzdem, man sollte diese Grenze akzeptieren, ne. Dass ich ihm auch alles Gute wünsche, dass ich verstehe, wenn es nicht passt, aber wenn du es wirklich verstehen würdest und akzeptieren würdest, dann würdest du ihm nicht schreiben nochmal, dann würdest du es einfach akzeptieren, so, ne. Weil ich meine, das macht dich jetzt auch nicht interessanter oder er wird jetzt nicht, nur weil du dich doch wieder meldest und auf einmal denken, oh, ich finde die doch ganz cool und ich will die jetzt sofort daten, der wäre jetzt wirklich besser, sich gar nicht zu melden und dann, wenn er sich das anders überlegt, dann wird er sich schon wieder melden, so, ne. So. Das kann man auch am Ende immer mal sagen, dass man sagt, hey, wenn du es dir anders überlegst, dann melde dich wieder, dann ist mir das auch mal los geworden und muss dich dann nicht wieder melden, so, ne. So. Das ich nicht verstehe, aber ich verstehe, dass nach einem schönen Tag ein tollen Telefonat geblockt werde. Das verstehe ich jetzt nicht so richtig, weil du schreibst oben, dass er dich entfreundet hat, das ist ja kein Blocken und selbst wenn er dich geblockt hätte, ist es heutzutage echt, wirklich im Online-Dating ist es fast üblich und Standard. Ich weiß, das ist doof, aber hat jetzt nichts mit dir persönlich zu tun, sondern einfach, dass man dann nicht noch wieder kontaktiert werden möchte. So, ne. Er schrieb, er hätte bereits gesagt, wir sind unterschiedlich, was ich hier für ein Thema mache, wo man nur zwei Dates hatte und alles Gute für mich. Kein Kontakt mehr, vorbei, bin traurig und Zweifel an mir. Also, wie gesagt, ich würde dir auf jeden Fall raten, da noch selbst, also da selbstbewusst da ranzugehen ans Dating, nicht mehr hinterher zu laufen unter Umständen da mit deinem inneren Kind zu arbeiten. Wenn dir das öfter passiert, klar, kann ich immer auch mal Therapie machen, aber gut, kriegt man glaube ich fast keine Plätze im Moment, aber ich will, das ist auch, keine Ahnung, ich weiß, dass es nicht besonders in seiner Situation ist, aber ja, Selbstliebe, Dating noch besser durchschauen, verstehen, aber tatsächlich würde ich auch sagen, ja, ich meine, ich hatte zwei Dates, ich hatte keinen Sex, das ist heutzutage so üblich im Online-Dating und wenn man das, wenn man das nicht emotional aushalten kann, was total okay wäre, dann solltest du nicht Männer anschreiben, die du nicht kennst, dann solltest du irgendwie, wenn man Corona wieder aufhört, solltest du im Sportverein daten oder im Freundeskreis oder auf der Arbeit, aber dann solltest du nicht jemanden daten, den du gar nicht kennst, weil das kann super leicht passieren und nur weil du ihn gut findest, wobei ich auch noch nicht mal, du hast ihn ja auch nicht richtig gut gefunden, das ist häufig so das Ego, was dann, also eigentlich willst du ihn glaube ich auch nicht, aber das Ego meldet sich dann häufig und sagt, ja, aber ich möchte trotzdem nicht abgeschossen werden, das ist selbstverständlich, aber kein Grund an dir zu zweifeln, weil das hat mit dir letztlich nichts zu tun, das kann auch wirklich, ich würde es anders sehen, ich würde es sagen, danke Universum, dass du früh genug gezeigt hast, dass wir nicht zusammen passen, bevor ich in so einer ätzenden, toxischen Beziehung bin und wir schon Sex hatten und dies hatten und jenes hatten und es dann nicht passt und ich dann noch viel mehr gequält bin, würde ich, das wäre wirklich viel besser, weil häufig ist eine Absage von etwas ist wirklich häufig eine Gnade, weil einem unter Umständen viel mehr Toxic erspart bleibt, so, ne, und, ähm, ja, wie gesagt, ich, natürlich, weiß ich jetzt nicht, wie nett oder unnett er genau kommuniziert hat, aber ich kann da jetzt im Großen und Ganzen, außer dass es einfach nicht gepasst hat, kann ich da jetzt nicht so viel sehen und, also, sich selber zu unterfragen, warum es mit diesem einen Mann nicht gepasst hat, das halte ich für wirklich Zeitverschwendung. so, ansonsten, ja, wird glaube ich, nächste Woche oder übernächste geht schon mal ein Podcast los, ähm, werde ich euch dann drüber informieren mit einem Partner und, ja, wir werden uns bald wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.